Kostra Pro berücksichtigt alle Aspekte, die bei der Kostenberechnung im Straßenbau nach AKVS 2014 auftreten. Die Software ist optimiert für den Austausch von Daten mit dem Programm elektronische Kostenermittlung. Nachfolgend stellen wir Ihnen das Erfassen von freien Positionen in diesem neuen Programm vor. Es besteht jetzt die Möglichkeit, Kataloge zu bearbeiten. Das können Preiskataloge, die Begründung oder Freitexte sein. Bedingung ist, dass man die Freitexte in die Gruppen sortieren kann. In diesem Beispiel wird zum Grunderwerb ein Firmengelände hinzugefügt, indem es als neue Position angelegt wird. Die Position ist dann in der Struktur des Katalogs gelistet und der geänderte Katalog lässt sich speichern. Wichtig ist, dass diese Position eine Kennung erhält. So wird deutlich, dass es sich um keine Standardposition handelt, keine Position also, die Oxtra-konform exportiert werden kann. Mit dem neuen Kostra Pro ist es jetzt auch möglich, den Gesamtkatalog zur Bearbeitung in eine Excel-Arbeitsmappe zu übergeben. Hier lassen sich dann zum Beispiel Mengen bearbeiten. Die Software enthält noch zahlreiche weitere Neuerungen und Features. Hierzu zählen unterschiedliche Möglichkeiten des Mengen-Imports grafische Kostenübersicht und Kostenteilung ABC-Analyse zur exakten Kontrolle der Kostenverteilung HVA-FSDB zur Ermittlung der anrechenbaren Kosten oder die umfassende Projektprüfung per Mausklick. Neugierig geworden? Gerne stellen wir Ihnen im Rahmen einer kurzen unverbindlichen Online-Demo die überzeugenden Leistungsmerkmale der neuen Software vor.